Mr. Stark, Sie wurden der Da Vinci unserer Zeit genannt. Was sagen Sie dazu? Absolut lächerlich. Ich mag ihn nicht. Wie gefällt Ihnen Ihr anderer Spitzname, Händler des Todes? Gar nicht mal schlecht. Es wird gesagt, die beste Waffe sei die, die man niemals abfeuern muss. Ich bevorzuge die Waffe, die man nur einmal abfeuert. Sie haben bis morgen Zeit, um mir meine Rakete zu bauen. Ich sollte längst tot sein. Es sei denn, es gibt einen anderen Grund. Ich weiß jetzt endlich, was ich tun muss. Das sieht nicht wie eine Rakete aus. Was bauen Sie da, Stark? Ich arbeite an etwas Großem. Ich dachte, du hättest aufgehört, Waffen zu bauen. Das ist ein Flugstabilisator und er ist absolut harmlos.